Das Matchup ist sehr lästig. Wenn die Quinn weiß, was er macht, ist es ein anstrengendes Matchup. Wenn du reinjumpen willst in deiner Melee-Form, kann die Quinn dich immer canceln mit deinem E. Kann immer dein Q canceln und dann kriegst du den Trade. Ah, nice. Die Quinn kam mit der Situation nicht zurecht. Oh, Level Up. Der wäre tot gewesen an Squatch. Haha! Oh, einfach ein All-Tick, Bro. Jump, ein All-Tick. Oh, schade. Es ist okay, es geflasht. Wir können invaden. Quinn moved. Ich bin ein Level über dem Typen. Ich habe Turbo gute Items. Wie kann der mich so festen? What? Ohne Ult. Ich weiß nicht, was Sam's hat. Okay, nice. Beide Sam's raus. Huge. Also, das ist top. Rengar. Rengar ist hier. Ja, eigentlich. Ah, ein Combo. Cringe. Vielleicht spielst du mich? Okay. Nice, nice, nice. Ein bisschen random der Fight. Kein Objektiv oder sogar. Ein bisschen random. Hm. Holy shit. Ich wuue wieder AP zu flashen. Ist gut, dass wir seinen Flash bekommen haben. Suge. Bitte. Bitte Affilius, hör auf zu träumen. Ich glaub nicht, dass wir im Nash sind. Irgendwann AP. Red. Wir haben die Kassel, actually. Muss man auch ein bisschen aufpassen, dann. Wir haben relativ schnell Nashen, tatsächlich. Oh, nice Bär. Kein Flash. Wir haben die Kassel, wir müssen aufpassen. Ich bekomme ein 4. Ich werde meinen Flash nicht benutzen. Boah. Es ist besser, nicht zu flashen. Weil der Fight schon gewonnen. Er hat keinen Flash. Ich weiß nicht, ob ich mich überhaupt machen kann. Ich bin so laut. Komm. Oh mein Gott. Nice. Haha. Darf ich Flash nicht? Fuck it. Nice. Kein Flash. Kein Flash Springer. Nice. So. Lauf der Push weiter, aber ich habe noch keinen DP. Weil ich hatte ein kleines Zeitfenster, um zu rotieren. Und Numbers Play zu machen, right? Das ist doch so. Das ist für mich nicht. Der schießt mich einfach top-lane. Oh, eine Möglichkeit, right? Okay. Nein, Top-Titur anspielen, Top-Titur und dann wahrscheinlich Nash, diesen Schritt. Vielleicht kann man hier den Dingens auf den Typen kollapsen. Dieser Rengar so crazy. Lass sie noch mitnehmen, fuck it. Ich glaube sogar besser, dass er flasht, dass wir ihn nicht killen, als wenn wir ihn killen. Weil durch den Kick werden wir jetzt keinen Nash kriegen, direkt. Weil, dass er keinen Flash hat, wenn ich's fight, ist es huge. Kann man spüren, in any way, für die trollen Hearts. Spielt ihr euch hier? Ab geht's, Leute. Bidgin, hallo, hallo. So, es läuft, es läuft, es läuft. Nice. Na, Toy-Titur vielleicht, dann spielen. Ich glaub nicht spenden können hier. So Aufbringer, bro. Sagen wir, wir gehen Bot-Line einfach. Wir können einfach C-Chin, wir können nicht viel machen, die Gegner. Wir haben Poke, wir haben Zoning mit Orianna, wir haben Poke, wir haben Peel, Janna. Ziemlich hart beim Chillen, in der Position gerade. Wir haben gesagt, den Rotation gecatcht werden, wenn nicht so geil. Wir können auch versuchen, mich zu trappen hier, die Gegner. Ja. Also, er sagt ja. Das war mir klar. Versuchen werden. Ich glaub, der kann auch ein Lame-Booch vielleicht sein, irgendwo. Das war. Oh, ich bin mit dem Turret one-schotten. Haha. Haha. Das. Das. Das, das. Oh, voller. Man, wir haben. Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017